Oh Gott, die Sau. Jetzt müssen wir ein bisschen laufen. Wohin laufen? Den großen dann. Immer in den Kopf. Und dann, wenn er so liegt, können wir ihn messern. Oder halt schießen. Die lassen wir hoch. Dann kann man die so ein bisschen ausdrüppeln. Oh Gott. Nee, das macht doch kein Ende. Oh, der Dicke. Haha, Bitch. Geh weg, du Sau. Ich schlitze dir. Oh. Munition. Ich kämpfe. Arschloch. Piss dich. Oh. Oh, der Dicke. Ich muss kurz gehen. Haha. Das ist immer, wenn die Kiki beim Bingo nicht gewonnen hat, dann ist die auch so drauf. Das ist ganz normal. Die ist auch immer so. Heute wieder nichts gewonnen, weiße. Was soll die Kacke, du? Was soll die Kacke, du? Der Dicke ist ja auch ein bisschen aggressiver. Ist er auch, ne? Oh. 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 Ich geh mal hier... Ich wollte eben eins rein, weil da hatte ich kein Munitionchen mehr dabei. Das ist wie in Resi 4, wo man einfach nur eine Zeit lang überleben muss. Aber echt? Ich hätte jetzt beide einen Witz gemacht, aber ich kann mich nicht bringen. Das ist zu schlimm. Das geht nicht. Das darf ich nicht sagen. Präzision, guck mal. Ich habe 25 Gegner besiegt, ey. Krass. Günther, ha. Nicht einmal gestorben, du. Ich lebe noch. Ich bin fertig. So, kaufen. Können wir was kaufen vielleicht? Erste Hilfespray, das lohnt sich nicht, ne? Ne, das wollen wir nicht. Wir wollen unser Geld ja nicht verramschen, ne? Ich bin fertig. Wir haben eine Antikurue gefunden. Hast du wieder geklaut, ne? Pst. Ja, können wir einfach verramschen. Kirk, we owe you one. You can thank me later. Chris, Sheva. It's almost time for Alpha Team to go in. Hurry to the deal coordinates. Roger that. Hier noch was? I'm going on the head. We'll meet up there. Good luck. Ach, hier unten war, glaube... Oder war das was? Ich weiß nicht. Irgendwo war hier noch was. Ich sehe mich hier oben mal kurz um. Ja, der... Du musst, glaube ich, gleich irgendwo runterkommen. Ich kann hier runterspringen. Ja, ja, genau. Mach mal. Wollen wir machen? Okay, ich springe dir nach. Ich lasse die Frau immer vorausgehen. Ich bin ein Gentleman. Viel Gold. Viel Gold, geil. Waren auch nur 400, aber naja. Also viel, das wäre bei mir eine Million, aber... Ja. Ich glaube hier. Ja. Ja, Günther, ich komme hier. Wir treten zusammen die Welt ein. Äh, die Tür ein. Ich trete mit dir die Welt ein. Ich wollte gerade einen Ukraine-Witz finden, deswegen. Das kann ich nicht tun. Oh, Mann. Ganz schwierig. Nee, deswegen. Ich lasse es auch lieber. Günther, wir gehen hier rein. Oh, Muni. Da vorne liegt Muni für dich. Ich nehme mit. Ja, nimm du. Ich kann wieder schießen. Und scheißen kann ich auch, weil ich heute Bohnen gegessen habe. Äh, willst du dich vielleicht einmal heilen? Muss ich das? Musst du noch nicht, aber ich dachte nur, weil du... Ja, okay. ... ein Drittel noch hast. Jetzt geht's mir besser. Oh, ich hab... Ah. Was hast du? Ich hab Blähungen heute. Ach nein, nicht schon wieder. Ja, die Kiki ist ja nicht der. Komm, gib mir Sprunghilfe. Ja, mach ich. Rauf da. Oh, ho. Hast du mir unter den Rock geguckt, du? Du bist aber eine heiße Frau, du. Oh. 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 Wie komm ich jetzt? Wie komm ich jetzt? Ich komm da jetzt nicht hoch. Du kommst... Nee, nee. Also ich hab hier oben einen Schlüssel gesehen und... Ich schieße hier eine Frau in den Kopf. Ich hoffe, das gibt keinen. Twitter brennt. Ich glaube auch, du. Oh Gott, da hinten. Oh Gott. Twitter brennt sowieso. Oh. Scheißegal, ne? Oh, hier ist Geld. Oh, Munition. Schön, schön, schön. Oh, was bist du denn für eine Drecksauf? Ich bin noch da da hinten. Ich seh's. Oh, oh. Meine heiße Gefährtin ist da einfach unterwegs, weißt du? Psch, psch, psch. Wer schreit denn da schon wieder so? Ach, sie sind's. Wissen sie was? Sie können mich am Arsch lecken. Wenig Geld hab ich nur. Das ist wie im echten Leben. Das Spiel hält mir einen Spiegel vor. Und wie geht's dir damit? Scheiße. Das mobbt mich. Günther, hier ist nix mehr. Na? Das war's. Kann ich den erschießen? Okay. Oh, no. Günther, das war ich nicht. Das war, äh, Greta, ne? Greta. Ja, ja, die wieder. Kufu, du hast ne geile Flasche. Komm, trink ein Aperol. Es wird dir besser gehen, mein Schatz. Oh. Oh, warte, ich befreie mich kurz. Moment. Ih, hat sie mich grad angesabbert? Warte. Kann ich mich mit dem Messer nicht mehr bewegen? Ne, das ist ein bisschen, also ich weiß nicht, ob man das irgendwo einstellen kann. Was ist das für eine Kacke? Weil ich würd gern auf die zugehen und die wegmessern. Ich will nicht Muni dafür verbraten. Naja. Okay, hier brauchen wir den Schlüssel für. Sie ist von innen verriegelt. Aha. Wie dein Herz. Oh. Aber hier unten können wir. Günther, hier ist noch ein Festchen. Guten Freunden gibt man ein Festchen. Ah. Mach's auf. Bist du hier reingegangen? Ja, genau. Oh. Hier ist ein... Okay, Gold, viel und Gold. Wow. Wie das da auch so steht. Was ist denn das? Das ist die Story of my life. Oh, er ist der Hilfespräch. Das Land geht vor die Hunde. Lass der mal mit. Ah, da bist du. Hallo. Na, my lady, darf ich ihm helfen? Hier ist noch, äh, Muni. Habe ich mitgenommen. Mach das mal. Oh. Oh. Kommt da wer? Da ist wer. Oh, moin. Okay, dann schieße ich dir doch in den Kopf. Ist so. Kann ich ja nix für. Ja, er kann ich ja nix für. Ich wollte es auf die... Auf die nette Art, ne? Ich habe eine Uhr gefunden. Eine Uhr. Geil. Ein Schatz. Mein Schatz. Ich verwandle mich. Warte mal, ich würde mich einmal heilen. Wirst du dich auch hierhin stellen? Ja, ich stelle mich zu dir. Mal ganz nah dran. Guck mal. Mein Körper vibriert, wenn ich dir so nah bin. Noch ist das romantisch, du. Wollen wir hier runterspringen gemeinsam? Ja, komm. Ich wollte auf dir landen. Was wird das hier wieder, du? Guck mal, mein Messer ist ganz locker in der Hose. Da bist du ja flink mit, ne? Da bin ich sehr flink. Komm, wir gehen durch. Brechen wir ein, du. Ach, ist das schön. Oh, wer ist das denn? Das ist meine Geliebte von gestern Abend. Die kennen die doch von gestern. Oh Gott. Die waren nicht so toll. Okay. Okay. Warte mal. Erst mal hier reingucken, oder? Ja, ja. Okay, hier brauchen wir einen Schlüssel. Ach, leck mich doch am Arsch. Ich gehe mal da hoch, ja? Mach das. Oh Gott, Cutscene. Sorry, das wusste ich nicht. Alles gut. Da ist ja meine Geliebte. Oh, guck mal. Ah. Ich glaube, mit der stimmt was nicht mehr so. Das war ich gestern Abend. Aber frag dich, was ich mit ihr gemacht habe. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Vielleicht beißt sie doch. Nein! Oh nein. Das hat sie gestern Abend mit mir auch schon gemacht. Ihre Zunge. Das stimmt nicht. Jetzt eine Schrotflintel wäre es doch, ne? Oh Gott, oh Gott. Ich helfe dir! Du Dreck-Sau. Oh Gott. Kein Problem. Ach, geht's da weiter? Da sind auch noch welche. Hey. Ich wollte dich Messer drowschen. Hast du mir ein Bein nach mir geschlagen? Du Dreck-Schwein. Ich hoffe, das war dir eine Lehre. Du Dreck-Schwein. Du Dreck-Schwein. Du Dreck-Schwein. Hör. Ich habe nicht viel Geld dabei. Er hatte wenig dabei. Ne? Ich will immer E drücken. Ich will ein Ventana, ne? Ja. Vorsicht. Oh Gott. Ich dachte, du nimmst sie hinter mir. Oh, da sind mehr. Da sind mehr, aber ich habe sie. Ich habe alles im Griff. Perfekt. Ich halte dir deinen schönen Rücken frei. Ich möchte heute Abend darauf segeln gehen. Ist das in Ordnung für dich? Ich weiß noch nicht, aber wir schauen. Komm, wir gehen rein. Abfahrt. Da war es Kapitel 1? 1.1? Ne. Ne, noch nicht, ne? Hm, hm. Ich wollte auf dir segeln gehen. Na. Oh Gott, immer wenn so ein Ventilator im Raum ist, ist das nie gut. Ne. Das heißt immer, dass hier Scheißhausfliegen rumfliegen. Dass hier nicht mehr sauber ist, oder? Ne. Oh, da ist was runtergerumpst. Ratti! Oh, drei Rattis. Das ist nicht gut, oder? Was ist das denn da? Das Klo vom Nachbarn ist übergelaufen. Die Kiki war wieder da. Die Kiki hat wieder rumgeschissen hier. Ich wusste es doch. Es gab wieder Tzatziki. Doch, nee. Sie weiß doch, dass sie kein Tzatziki essen darf. Ähm. Sind sie wirklich tot? Oh, das ist ein Freund von uns. Er ist schon tot. Ich glaube auch. Steht da. Ah, Kiste. Ist nur Geld drin. Er ist vom Alpha-Team. Und er ist tot. Er auch, ja? Ich glaube auch, ja. Mensch. So Alpha sind die dann doch nicht, ne? Das sind nicht diese Alpha-Mails, von denen alle bei Instagram immer reden. Ne, ne? Bisschen traurig, oder? Ich bin so enttäuscht. Sollen wir nochmal Heilungsspray nehmen, oder noch nicht? Ne, geht noch. Okay. Uns geht's noch gut. Was ist hier passiert? Was haben die da gemacht? Das war wieder so ein Wave. Die waren alle im Club gestern Abend wieder. Da Uberts, ne? Ah. Der Moski hat ihn eingegriffen. Ja, nachdem er gestern zweimal gegen mich verloren hat, ne? Oh. Ich muss dazu sagen, das eine Mal habe ich alleine gegen ihn und Pauli gewonnen. Und einmal habe ich gegen ihn verloren mit Pauli zusammen. Ah. Hey. Hey, hang in there. Ja, der Moski hat ja auch seinen Monsterschwengel rausgeholt, ne? Der braucht ja gar kein Köder für, du. Ne, der braucht kein Köder. Das kann er sich sparen. Dieses knappe Röckchen, du. Das ist wirklich sehr knapp. Mhm. Viel Beinfreiheit, ne? Mhm. Mhm. Kommt, das erste Bustel. Gib mir ein Kusschen. Ja, machen die ja nicht. Ich bin enttäuscht. Ich auch. Aber es ist ja auch nicht Leon. Wenn es Leon wäre, also ich hätte schon längst geküsst. Sagen wir es. Von da sind wir gekommen, oder? Ja. Weißt du, der Lian kann ja auch nicht so lange warten, weißt du? Das ist es ja eben. Der ist so ein... Der hat Druck, ne? Der Lian muss direkt anfangen. Das ist bei dem so. Er ist halt noch so ein Junghengst, wie man sagt. Ach, nö. Gut, ja, wir waren alle mal jung. Ja, ja, das stimmt. Natürlich. Oh, Fahrstuhl. Das heißt immer was Gutes. Ich gehe rein. Wir gehen nach unten. Jetzt gibt es ja erstmal Fahrstuhl-Action. Gut, dass sie sensiert ist, ne? Ja, ne? Schlitz mal auf. Nehmen wir das Gold mit. Guten Tag, das Lebensmittelkontrollamt ist hier. Ich würde sie bitten, mal ihre Kühlschränke zu zeigen. Oh, ich glaube, der ist nicht mehr gut. Diese Lebensmittel sind abgelaufen. Bestechungsgeld. Das nehmen wir natürlich mit. Ne? Ja, aber ich habe mich nur gewundert, weil das Fadenkreuz rot ist, wenn man auf den zielt. Wenn der mich gleich anspringt. Oh. Ach, nö. Gaskammer. Sind wir jetzt schon in Auschwitz angekommen? Oh Gott. Ich glaube, ich kann mich noch von früher dran erinnern. Diese Gasflasche kann man leicht umstoßen. Warum sollte ich das tun? Oh nein, ich ahne, was gleich passiert. Oh nein, ich ahne, was... Hier ist noch... Hier ist noch Muni. Ich mache hier auch noch kaputt. Oh Gott, Günther, ich will das nicht. Immer wenn in Resident Evil sowas passiert, ne? Dann weiß ich, was kommt. Wir müssen durch die Gaskammer durch. Aber irgendwas ist noch bei uns mit einer Gaskammer, ne? Ja, das ist mir klar. Oh nein. Immer in Resi. Das ist schon immer so gewesen. In jedem Spiel von Resi. Oh nein. Günther, ich möchte das nicht. Ich muss dir den Hebel machen. Hier ist ein Ofenschlüssel. Du hast den... Oh, der Ofen ist besser. Ich schalte ein. Oh nein. Oh nein, wer kommt denn jetzt? Okay, der Ofen wird zugemacht. Okay. Müssen wir... Wir müssen jetzt wieder zurück. Okay. Sollen wir uns noch einmal heilen oder probieren wir einfach? Ach, wir gehen einfach rein. Weil ich glaube, gleich kommt eine Cutscene. Du glaubst? Oha. Es ist Ariel, die Meerjungfrau. Kannst du dich noch an E-Mail erinnern? Aus der Cutscene am Anfang? Ja. Wie hieß dieser noch? Wie hieß dieser noch? Diese Ursula ist das. Von Ariel. Oh Gott. Ursula! Haha. Hallo Ursula. Ich bin die Petra. Oh Gott. Wir laufen jetzt beide in die Gaskammer. Mit der Ursula? Ja, lauf mal... Soll ich die umtreten, Günther? Kannst du auch machen. Sie kommt gleich. Ja. Wenn sie da ist, trete ich das um. Da kommt die Ursula. Sie muss näher, ne? Oh Gott. Ursula, komm! Okay. Schneller! Ja, es hat mich fast getötet, die Ursula, Mensch! Aber... Ja. Danke! Komm, wir laufen jetzt außenrum in die Gaskammer. Klaschen lassen wir erstmal. Das war eine Schnappsidee. Warten hier, bis sie drin ist. Und dann machen wir zu, ne? Ja, es ist gut. Sie kommt! Bleibt sie drin? Okay. Oh, ne. Lauf. Sie jagt dich! Ja. Okay, lass mich... Oh! Warte, Messer, 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 Messer. Oh, scheiße. Auf die hellen Sachen schießen, bestimmt, ne? Genau. So, ich bin jetzt, geh du mal an Schaltpult. Ja. Lokse, renn! Ursula, mein Schatz! Mach jetzt du? Mach, mach. Ja! Ich bin noch schneller. Ja, ja. Ich hab was auf den Kopf von ihr. Oh! Sie hat mich angeschissen. Wo ist sie denn jetzt? Oh Gott, da ist sie. Guck mal, bei mir. Geh wieder rein! Ich mach zu. Mach jetzt schon? Ja, kann ich grad noch nicht. Jetzt erst. Schneller! Ja, komm. Das hat geklappt. Sie ist da drin. Schön, Barbecue. Lecker! Ich glaub, das hat ihr nicht geschmeckt. Ich glaub auch. Ich glaub, da war sie so ein bisschen allergisch gegen. Ich glaub auch. Ach Gott, hat die was getroppt? Nee. Das ist ja wohl ne Bitch. Wirklich, was soll da? Ich finde, wir gehen erst mal zu Meckes jetzt. Das reicht für heute. Ja, ja. Erst mal was gegrilltes, wo wir nicht wissen, was es ist, ne? So ist es. Hä? Du gehst fort, ich sag, come on. Ja, ja. Jetzt los, du bitte da! Der Chris ist halt nicht der Schlauste, ne? Oh, hier ist Muni. Nimm mal. Also ich hab noch. Nimm du mal. Du hast weniger als ich. Ich bin ganz gut dabei. Ja, der erste Boss-Gegner, ne? Ja, es war ja easy. Das war ja so ein Miniboss, ne? Ja, aber das war kein Problem. War ja schon mal schön. Resi ist auch einfach Liebe, ne? Ist einfach schön. Oh, wir sind Camgirls. Jetzt kommen die Home-Videos. Oh, die Bitches wieder. Schau uns an. Ach, Irving. Oh, die Bitch. Der Maskenball. Ist das Ada? Ne, ne? Ne, 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 ne. Wir haben es geschafft. Was war das Ding? B.O.W. Das Scumbag Irving left behind to set us up. Considering what it did to Alpha Team, I think we're lucky to still be breathing. If only we could have gotten there sooner. If we had, we'd probably be dead too. Versteht Boro, Schiba nicht. Na. Leon, Leon! Wir machen das ganz alleine. Ah, easy. Sollen wir uns noch ein paar Waffen geben? Mhm. Oh, Chris. Oh, God.